Das Taylor-Polynom, ja, das Taylor-Polynom TFA ist definiert als die Summe von K gleich 0 bis unendlich von F von die KT-Ableitung an der Stelle A durch K-Fakultät geteilt mal T minus A hoch K und diese Reihe nennen wir die Taylor-Reihe von F mit dem Entwicklungspunkt A. Ja, und sei I ein Intervall, dann ist F von I nach R eine n plus 1-fach differenzierbare Funktion und X und A seien Punkte, die in diesem Intervall I liegen. Dann nennen wir diesen Ausdruck hier das Restglied des Ententeiler-Polynoms. Sprich, wir sagen, es muss ein C geben, das zwischen diesen Werten X und A liegt, sodass gilt, dass F von X minus das Entente-Taylor-Polynom gleich ist wie die n plus 1-te Ableitung an der Stelle C geteilt durch n plus 1-Fakultät mal X minus A, den Entwicklungspunkt hoch n plus 1. Ja, was tut das Taylor-Polynom? Mit dem Taylor-Polynom im Punkt A lässt sich eine Funktion approximieren, also annähern. Und mit dem Restglied kann man dann den Approximationsfehler angeben.